In der Kategorie Substanz werden Webvideos ausgezeichnet, die mit komplexer Wissenschaft gut recherchierten Themen und inhaltlicher Tiefe begeistern. Wow, danke. Ja, eigentlich zum Länder Pay Gap recherchiert haben und erst dann darauf gestoßen sind, dass das ja in der Rente auch Folgen hat und dass man davon aber erst hört, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und deshalb dachten wir, es wäre wichtig, das mal ein bisschen prominenter zu machen. Mein Kollege Jan recherchiert gerade über das Thema YouTube und der Algorithmus und wie der mit Verschwörungstheorien zusammenhängt, beziehungsweise wie Verschwörungstheorien davon profitieren und das wäre eigentlich mal ein Video wert. Könnte man mal machen, ja.